Normalexperte? Äh, Experte! Mann! Mann! So, hast du das schon! Wunderbar, und weiter geht's! Bunte Lichter! Na genau! Schöne Lichter! two Three Five Six So, und wir haben den nasa hat gaben hat blatt gemacht ehrlich gottes hätten die auch so gesehen auch manchmal ist es nicht so so egal was wir platt machen außer sie sind gemetzelt deswegen haben sie eingeschaltet deswegen sind sie hier sie wollen gemetzelt und dumme sprüche natürlich wo sie dann machen können nur die sprüche sind nicht hohe genug sie sind noch nicht hohe genug also sorry so zurückgebliebt bin ich dann nun auch mal wieder nicht und wir haben 18 teile schon von der edelstahlplatte hier du hast 18 teile von der edelstahlplatte oder du hast 18 edelstahlplatten das ist genau das gleiche nee 18 teile heißt du sammelst stücken von einer edelstahlplatte oder wenn du so sagst 18 teile von der edelstahlplatte aber wenn du sagst wir haben 18 edelstahlplatten heißt es du hast 18 edelstahlplatten und nicht nur eine von deren du die teile sammelst ja ich weiß klug scheiße rein muss aber sein ganz böser junger das ist nicht hiriris ne heneos jetzt hat das aber hiriris geil das war nice hiriris ey lol jetzt krieg ich das so hin was? das? das hier oder? toll krieg ich auch schon seit ewigkeiten mach mal das aua und warum? oder machen wir das? und sag nach oben so wunderbar juhu endlich meine anzeige auf 0 das heißt nachher schlafen so 21 von den edelstahlplatten so 21 von den edelstahlplatten da ist sogar die hälfte von den stahlplatten zeugs da soo wunderbar soo wunderbar und die tür 31,1% exp 11,3 morgen möchte ich echt mal loslegen also besser gesagt heute nachher so so ein bissl an den mike rankommen mit den leveln da mach luck er kommt nicht auch noch näher er rennt hier noch weg meine ich natürlich hm du weißt ja wie er online kommt ich glaub er hat immer nicht begriffen dass es Bilder gibt für ihn jetzt schon ich hab ihn immer nicht in Bilder erinnert wahrscheinlich hat er deswegen geschnauze voll und 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 levelt nicht weiter er hat er doch der hat ein level mehr gehabt ja toll aber ich hab ihn noch nicht in Bilder erinnert ehrlicher sagt ob er wirklich so hohl ist und 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 So. 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 Und 24, wunderbar. Haben wir ja schon mal über die Hälfte. Wieso hab ich nen Impact eingesetzt? Reflex. Falsche Tasten, glaube ich wieder mal. Ach, anders geht bei mir grad tierisch um Popo. Gildenden Punkt erhalten. Und den 26. Edelstahl. Hyperkeitsalarm. Hose, Oberteil und Handschuhe sind im Arsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gleich beim Boss. Wir stehen auf, wir drehen auf, wir halten fest zusammen. Zusammen, Jura, Funzen, Sam, Gelb. Nein. Knauze, jetzt stürzt du. Ach, die zwei Segel. Ich hab dir voll in den Arsch geblasen damit. Jetzt ist dein Hintertürchen nicht mehr in eine Einbahnstraße. Ich hab dir viel in den Arsch geblasen den Arsch geblasen. Nein. Oh, du stirbst. Und schützt. Wunderbar. So, und da haben wir den AP-Quest abgeschlossen. Ich habe dringend 60,8, 64, 4. 7.000 Erfahrungspunkte bei dem Gegner. Na, so geil. So, und jetzt habe ich... Wie viel habe ich bekommen? Gucken. Warte, sag ich gleich. 97.000. 41.000. Und da habe ich jetzt mal mehr. So, jetzt geht erstmal schnell den Quest ab. Du hast nicht mehr genügend Winzpunkte. Du darfst jetzt schlafen gehen. Schöne Nacht. So, jetzt habe ich ein paar neue Handschuhe. Wie geil. Tunnel mindestens nur mal, einmal. Geil. Und da können wir noch den anderen Quest abgeben, den wir glaube ich irgendwo hatten. Ne, doch nicht. Müssen wir das dann später machen. So, und jetzt legen wir nochmal schnell die Handschuhe an. Und die sehen richtig geil aus schon nochmal. Da brauchen wir was noch. Ein Oberteil und eine Hose. Und natürlich die Waffe, glaube ich. Kommt dann ja auch noch. So, was? Na ja, wir brauchen noch die, wenn wir die Krähen-Sache haben, mache ich mir auch eine Krähen-Waffe dazu. Aha. So. Haben wir neue Quests vielleicht? Äh, Standard. Banksharing Teil 1, ja. Tempelgarten, naja, das ist ja auch nicht hier, toll. Also andere Quest sind nämlich die andere, okay. Dann würde ich sagen, wir machen dann hier später weiter.